Einen wundervollen, schönen guten Abend, liebe Lehrer, liebe Schüler, Schülerinnen, liebe Eltern, Damen und Herren. Willkommen zum alljährlichen Weihnachtskonzert an der Werner-von-Siemens-Realschule. Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Warum müssen Soldaten um losmarschieren, um Menschen zu ermollen? Mach mir das mal klar, wozu denn Kriege darf? Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren, und willkommen zu Ihrer persönlichen Aufklärungsstunde rund um das Thema Smombies. Doch was sind Smombies überhaupt? Wir haben den Begriff einmal hier für Sie erklärt. Mit dem Smartphone, äh, Smombie, setzt sich also aus Smartphone und Zombie zusammen und bezeichnet Personen, die rund um die Uhr nur auf ihr Smartphone starren und von ihrer Umwelt nichts mehr mitbekommen. Das ist Zoe. Zoe ist ein Smombie. Gerade sitzt sie auf dem Stuhl und zockt. Noch ist sie glücklich. Doch was passiert jetzt? Aufnimmt man ihnen das Handy ab, schon werden sie aggressiv, unglücklich und prügeln einfach nur um sich. Wir präsentieren Ihnen heute das Stück, Dinner for One. You are looking very well this evening, Miss Sophie. Well, I'm feeling very much better. Thank you, James. Good, very good. Well, I must say that everything looks nice. Thank you very much, Miss Sophie. Thank you. Is everybody there? Indeed, they are. Yet they are all here for your anniversary, Miss Sophie. All five places are laid out. All laid out, as usual. By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie? It's the same procedure as every year, James. Oh, that looks like a very fine bird. Yeah, that's lovely. Lovely chicken, I tell you. Lovely. Same procedure as last year, Miss Sophie? Yeah, James, the same procedure as every year. Yeah. All you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Let me just ring some of my call. All you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah. All you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah. All you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah. Mm-hmm. Are you there? And if you have a minute, why don't we go? Talk about it, somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go Somewhere only we know. Musik 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 Musik